Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Ein Zuschauer hat uns Folgendes geschrieben. Liebe Isolde, lieber Daniel, durch das Gebet ist für mich schon vieles leichter geworden. Und das ist der Grund, warum wir beten. Wir können unsere Lasten loswerden und wir können sie auf Jesus werfen. Wir können sie Jesus abgeben und darum wird es uns leichter ums Herz. Hoffnung um 12. Wir wollen dich wieder ermutigen, dass dir wirklich leichter ums Herz wird. Heute ein Thema Beten aus himmlischer Perspektive. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn wir für dich beten dürfen. Auf gebet.admissionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Beten aus himmlischer Perspektive. Was steckt da dahinter? Was ist die himmlische Perspektive? Wir beten normalerweise aus der irdischen Perspektive. Wir haben eine Situation, wir haben unser traditionelles Gebet morgens oder wann auch immer. Oder wenn wir irgendwie was brauchen, mitten in der Situation drin und Herr, hilf, Herr, mach, Herr, tu und heile und tu und mach und so weiter. Oder das ist die irdische Perspektive und wir sehen, da gibt es schon einen großen Gott, aber ich bin direkt im Sumpf, ich bin in der Krise, ich bin da richtig mittendrin, wo alle sind. Da gibt es aber einen Unterschied. Das Kreuz macht den Unterschied. Wenn wir zur himmlischen Perspektive gehen, das heißt nicht, dass du aus dem Haus jetzt raus musst oder so, sondern im geistlichen Bereich aus dem Platz raus, aus der irdischen Perspektive raus in die himmlische. Und dazwischen ist die Lösung des Kreuz, die Last abwerfen, die Sünde abwerfen. Und wenn wir rein vor Gott kommen, und das kannst du ganz einfach tun, Colin Ockwart hat mal gesagt, da braucht man nicht mehr wie 30 Sekunden dazu. Einfach sagen, Herr, vergib mir und auf die himmlische Ebene sich zu begeben und aus himmlischer Perspektive das zu sehen. Ich schaffe das nicht, das ist schlimm und das ist groß und das ist so unmöglich, aber ich habe Gott an meiner Seite. Ich habe die ganze himmlische Welt an meiner Seite und das ist eine ganz andere Perspektive. Und aus der Perspektive möchtest bestimmt du auch beten. Herr, ich danke dir dafür. Lass es uns klar werden, dass wir nicht immer aus der irdischen Perspektive raus beten, wo wir mittendrin im ganzen Chaos sind, sondern, Herr, dass wir wirklich, Herr, weil du am Kreuz für uns alles vergeben hast, wirklich aus himmlischer Sicht das sehen dürfen, dass wir zu deiner Familie gehören dürfen, dass wir Vater zu dir sagen dürfen, oh, Vater in dem Himmel, danke, danke, dass wir es aus deiner Sicht sehen dürfen und in deiner Kraft, in deiner Macht und aus deiner Gegenwart. Danke, Herr. Amen. Zwei Gebetsanliegen wegen Arbeitsstelle haben uns erreicht und eine Frau schreibt, liebe Geschwister, bitte betet mit mir für die berufliche Situation meines Mannes, zudem auch für seinen Chef, der sehr ungerecht zu ihm war. Danke euch und dem Herrn. Und eine andere Frau schreibt, mein Schwiegersohn ist seit Februar arbeitslos. Er braucht dringend eine gute, passende Arbeitsstelle. Bitte beten Sie mit darum. Und Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt für diese beiden Personen bitten dürfen und beten dürfen. Und ich danke dir, dass du diesem Mann beistellst in seiner beruflichen Situation und auch mit dem Zwist, mit dem Chef. Danke, Jesus, dass du eingreifst in diese Situation, dass du Frieden hineingibst und dass du eine Lösung auch für das Problem hast, wo wir jetzt auch nicht wissen, den Grund, danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du der Herr bist, auch über diesem Chef. Und danke, dass auch er erkennt, was das Gerechtigkeit, dass du gerecht bist, Jesus. Danke, Jesus, du bist groß. Und wir wollen einfach dich bitten, in dieser Situation Gerechtigkeit zu schaffen. Danke, Jesus, dass du diesem Mann beistehst und dass diese Arbeitsstelle wieder ihm zur Freude wird und dass du ihm Frieden schenkst. Danke, Jesus. Und auch für den Schwiegersohn wollen wir beten. Danke, Jesus, dass du für ihn auch einen Platz hast, dass du für ihn eine Arbeitsstelle hast, wo er sich wohlfühlt und wo er gut aufgehoben ist. Danke, Jesus. Dir befehlen wir diese Situation an und wir danken dir für eine wunderbare Lösung. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen erreicht ihr uns per E-Mail. Liebe Müllers, bitte beten Sie für mich, dass die chronische Bronchitis und die Magen-Darm-Entzündungen ausheilen. Ich möchte gerne wieder zu Kräften kommen. Außerdem bitte ich, dass die Probleme mit der Familie meines Mannes eine positive Klärung erfahren. Ich vertraue darauf, dass Gott auch nach langem Schweigen eingreift. Vielen Dank. Ja, und manchmal dauert es auch etwas länger, bis Gott eingreift. Und wir wollen ihn bitten, dass er es tut. Danke, Jesus, dass du auch diese Person kennst, die hier geschrieben hat, mit der chronischen Bronchitis und die Magen-Darm-Beschwerden. Danke, Jesus, dass dein Heilungsstrom auch heute noch fließt und dass du diese Person berührst. Ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst und dass jegliche kranke Zellen austrocknen im Namen Jesus. Danke, dass du der Herr bist und dass du aber auch in der Familie des Mannes da mächtig wirkst. Danke, Jesus, dass da eine Klärung kommt, dass da Frieden hineinkommt, dass da wieder Freude hineinkommt, dass wieder eine gemeinsame Perspektive entsteht. Und danke, Jesus, dass du der Herr bist, auch über diese Familie. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten sollen. Die Infos sind wie immer eingeblendet und auch am Telefon bis 13 Uhr heute. Liebes Missionswerk, schreibt eine Frau. Helft mir bitte beim SOS-Hilferuf zu Gott. Unser Schwiegersohn, 32 Jahre, hat diese Woche die Diagnose Darmkrebs bekommen. Das ist für alle ein Schock und die Gedanken rasen und ziehen runter, aber Gott ist größer. Ich weiß, wo zwei oder drei in Jesu Namen versammelt sind, da ist er gegenwärtig. Ich glaube an den einen Gott, der Wunder tut und für uns kämpft. Bitte betet für Wiederherstellung der Ordnung Gottes und für Frieden im Herz. Danke und viele Grüße. Danke, Herr, Herr, dass wir auch in dieser Sache, Herr, aus der himmlischen Perspektive beten dürfen. Herr, wo Unmögliches möglich wird. Ich danke dir dafür, Herr, dass du diese ganze Familie aufrichtest. Herr, ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass auch dieser Darmkrebs weichen muss in Jesu Namen. Herr, du hast ihn am Kreuz besiegt. Und Herr, ich danke dir, komme mit einer Freude und einem Frieden in diese Familie hinein. Herr, danke, schaffe du, dass Veränderung möglich ist. Nicht nur Heilung, sondern die ganze Familiensituation. Komme du hinein und danke, Herr, für deine grenzenlose Liebe. Danke. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Leide unter einer chronischen Rachentrockenheit und gelegentliche Schmerzen im Harnwegsbereich. Ja, danke, Herr, Herr, du kennst jetzt auch diese Situation und ich danke dir dafür, Herr, dass diese Trockenheit verschwinden muss, Herr. Herr, indem, Herr, die ganzen Speichelteile, Herr, wieder funktionieren, Herr, danke, Herr, dass das Ganze wieder richtig, Herr, durchflutet wird. Nicht normal funktioniert und ich danke dir dafür, dass auch jedes, alles, was irgendwo eingetrocknet ist, Herr, ich danke dir dafür, dass dieser Körper wieder richtig toll funktioniert. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du auch die Schmerzen im Harnwegsbereich, Herr, wegnimmst, beseitigst. Und ich danke dir dafür, danke, Herr, dass du der Heiler bist. Amen. Amen. Wunderbar erleben Menschen Gottes eingreifen. Und Gott antwortet auf unsere Not. Eine Frau aus der Schweiz berichtet. Gestern war ich so in Not, dass ich mich entschied, heute bei euch online im Missionswerk Karlsruhe am Gottesdienst teilzunehmen. Ein Volltreffer für meine Lebenssituation. Genau die Lösung. Ich bin Gott und natürlich Pastor Daniel unendlich dankbar. Ansonsten höre ich alle eure Predigten mit großem Interesse und viel Freude nachträglich an. Wie schön, wenn Gott eingreift. Und eine Frau aus dem Raum Stuttgart schreibt uns. Danke für eure Gebete. Die Mutter meines Schwiegersohnes lag sechs Wochen mit Corona intensiv im Krankenhaus. Gott hat Großes getan. Sie wurde letzte Woche als geheilt nach Hause entlassen. Ehre und Dank unserem Gott. Und auch Corona ist für Gott kein Problem. Gott sorgt umfassend. Vielen Dank für ihr Gebet während der letzten Woche. Tochter und Sohn hatten Kraft, Ruhe und Konzentration. Die Zeit während den Prüfungen hat gereicht und die Fragen passten zu ihrer Vorbereitung. Wir staunen und sind sehr dankbar dafür. Es ist ermutigend zu merken, welche Kraft es hat, wenn im Hintergrund gebetet wird. Bezüglich des Autounfalls hat sich vieles gut geklärt. Wir brauchten keinen Anwalt. Die Polizei gibt uns keine Unfallschuld. Es gab keine Personenschäden und es hat keine Führerschein rechtlichen Folgen. Danke, Jesus. Es ist eine umfassende Gebetserhöhung. Ja, unser Herr und unser Gott ist für alles für uns da, für unser Leben. Das ist was Schönes. Er hat nicht seinen Bereich irgendwo oben und sagt, manchmal schaue ich runter und tue was. Nein, er liebt dich. Er möchte dir alles geben. Hast du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, heute mein Tipp. Versuch es mal zu beten aus der himmlischen Perspektive. Nicht immer aus dem Sorgental, sondern wirklich von oben herab. Nicht vom Hochmut herab. Nein, sondern von himmlischer Sicht. So wie es Gott sieht. So wie Gott deine Situation sieht. Dein Unmöglichst sieht. Mit den Möglichkeiten Gottes bete. Es wird dir Freude machen und es wird auch Lösungen geben. Schick uns dein Gebetsanliegen, wenn du Hilfe brauchst. Die Infos sind eingeblendet und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Das Thema, das ich heute angerissen habe, Beten aus himmlischer Perspektive, habe ich letzten Sonntag in dem Gottesdienst gehabt. Möchtest du mehr darüber wissen, dann schau in unserem YouTube-Kanal. Da kannst du unter Livestreams den letzten Sonntag nochmal miterleben und davon auch mehr erleben. Und natürlich jetzt, am kommenden Sonntag, wird Isolde dran sein und es wird wieder eine gesegnete Zeit sein. Schalte einfach ein auf YouTube oder im Livestream. Und wir verabschieden uns. Wir wünschen dir eine gute, wunderbare Zeit. Bis dann. Alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Schritt. 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 Vielen Dank.